So und Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3 zum Forzathon. Denn dieses Mal heißt es ja Outback-Exkursion. Genießen Sie einfach die Natur. Was ich heute auch schon gemacht habe, blende ich heute wieder zur Ergotherapie. Geht schon zum 20 Millionen Mal. Wenn wir bei diesem Wetter, was wir haben, ich meine es ist Sonnenschein, es sind glaube ich 26 Grad draußen. Bisschen zu warm für mich, aber gut. Ich kann da schon mit Fahrradisieren fahren, die 5 Kilometer oder 7, keine Ahnung. Ist mega geil. Aber ist eigentlich ganz nett hier unter dem Bild, ja müsste eigentlich der Raptor sein. Der neue F-150 in Orangen und Sechszylinder. Wollt ihr hier wieder 4 Sachen jetzt absolvieren? Und zwar das erste wäre dann Baumschmoser. Verführen Sie 20 Holzfäderfähigkeiten, um 85.000 Kette zu halten. Ja, nicht schlecht, kann man machen. Dann mehr, mehr, mehr. Schließen Sie 3 Spielplatzspiele ab, um 3 Lose zu gewinnen. Dann noch Blitzstart. Schließen Sie ein Straßenrennen ab, um den Porsche Carrera GT zu gewinnen. Richtig, richtig geil, Alter. Dass der Spiel endlich ist oder eigentlich kommt. Und das ist, ich meine, das ist ein Carrera GT. Das ist einfach eines der geilsten Porsches, die es gibt. Auch dieser Motor, wie der sich anhört. Oh, Gänsehaut. Und dann das letzte noch. Immer bereits schließen Sie eine Löffel ist eine Herausforderung ab. Nee. Die im Outback endet ab, um 75.000 EP zu halten. Auch richtig nett. Und wir fangen an mit dem Baumschubser, für die 20 Holzfäderfähigkeiten. Dafür werde ich aber kurz noch den Erfolgstracker anmachen. Was ich aber noch sage, wir machen eigentlich alles bis auf die Spielplatzspiele. Da muss ich noch gucken. Weil die wollte ich eigentlich mit Michi aufnehmen. Oder war zumindest so geplant. Also, ich muss den Track auch gerade noch nicht, Idiot. Deswegen werde ich die wahrscheinlich in den Nachhinein aufnehmen, das dann irgendwie reinschneiden. Werden wir sehen. So, wo ist es hier? Genau. Zu Favoriten zufügen? Nein. Das hier. 20 Holzfäderfähigkeiten. Also, ich bin wieder der Profi beim Erfolgstracker. Nein. Weck da. Wo ist denn das hier, Baumschubser? Blitzstart. Blöd oder so? Also, ja, bin ich. Ah, geht doch. So. Schon mal eine Route gesetzt. Wir fahren jetzt in Richtung des Festivals Yara Valley. Die Fahrt ja natürlich wie ein M5, wie man sehen kann. Kann, 9. Bist du der F10 sein. Und hier schon mit V10-Umbau. So hat der Motor aus dem Lamborghini Vulcan-Audio A8. Er ist dann so ein bisschen an den alten M5, der hat er damals noch ein V10 gehabt. Richtig geil. Jetzt ist nicht der gleiche V10 natürlich. Oder auch vom anderen Auto. Aber es ändert so ein bisschen an den alten M5 und die Zeit noch auch der alten M6. Der hat ja auch den gleichen V10 mit 507 PS. Das war geil, Alter. Der hat sich so geil angehört. So im Spiel, als auch, weiß ich, irgendwie bei YouTube-Videos. Echt? Und ihr solltet, weiß ich, durch die Kutsche rumfahren. Und diese, wie laut die einfach schreien die Motoren. Oder auch im Tunnel. Oder auch, was ich auch als Wagen hatte, was ich getunt bin von G-Power oder so. Wie er auch bei Grip war. Das ist einfach krass. Das ist noch ein kleiner Hommage daran. Ja, ein bisschen Claire kommt wieder auf. Obwohl ich jetzt auch hier Hot Wheels-Reifen drauf habe. Bei der Rennreifen haben wir einen quasi Vorteil. Oder zwei sind halt Rennreifen eigentlich. Also, das ist schon ein Grip. Und auch dieser rote, dieser rote Rand. Ich finde den einfach so geil. Da habe ich einfach schon bei so vielen Autos mittlerweile drauf gemacht. Aber das sieht irgendwie cool aus. Mein Rot passt vielleicht nicht ganz immer. Aber ich finde es bei dem Wagen. Bisschen dunkle und blau. Ist übrigens nicht in die Serienfarbe. Habe ich jetzt eben gerade selber erstellt. Aber ist halt ziemlich ähnlich. Ich finde es noch ein bisschen dunkler. Ich weiß gar nicht. Also, das sieht richtig geil aus, finde ich. Ich bin auf die V10. Kann man sich ja mal gönnen. Und so ein BMW auch. Das hat, glaube ich, ein 323i. Warte mal kurz. Äh, ja, ich war noch an der Party. Ich war noch kurz gerade noch von Aufnahme mit Micha an der Party. Haben noch ein bisschen gekatscht. Aber muss es jetzt leider vorgehen gehen. Ich bin vorbeigefahren gekonnt. So. Umdrehen hier. Oh Gott. Ja. Den Minuten sollten ganz viele Baumstumpfer sein. Das ist nun die Säuze der Fähigkeit ziemlich einfach sein. Das war, glaube ich, schon mal im Forza. Dann war ich gerne an dieser gleichen Stelle. Das kann man auch, denke ich, mal am Seegewerk machen. Oder irgendwo anders. Vielleicht wollte ich das mal hier machen. Wohin 20 Stück. Auch gar nicht mal so viel. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal mit dem Ford Rapper gemacht. Kann das sein? Das ist ja alles Holzfäller. So, umdrehen. Genau, da sind sie jetzt auch schon. Warm, Brustbirne, Holzfäller. Na ja, es geht ja in dem Gebiet ziemlich schnell. Ich will auch so ein paar für diese Holzteilen stehen. Holzzeilen. Das ist jetzt zufällig Baumstammfäller, aber... Oder Baumstumpf. Aber gut. Da ist wieder... Ne, das ist Gras. Ja, genau. Was auch so ist. Das ist ein Baumstamm, aber verweilend ist das Gras. So, wieder Holzfäller. Ich denke mal, das werde ich hier... Mach hier wieder Musik hinter? Mal gucken. Ich denke mal, das ist ein Baumstamm. Und zack, geschafft. Klingt ganz zügig. Ich bleibe ich mal Musik einzuschneiden. Es war mit letztem Mal... Ich fand das ziemlich geil. Ich wollte es für das hier Zeitüberbrücken. Habe ich denke mal, dieses Mal wieder gemacht. Mal gucken. Wäre ich auch vielleicht öfter machen. Weil ich habe da irgendwie Spaß dran. Finde ich auch cool. So, der Volkstracker kann eigentlich wieder aus. So, das nächste... Ich gucke mal kurz, ich habe das wieder vergessen. Das nächste, was wir machen, die Spielplatzspiele mal gucken. Das, weil ich, wenn ich das mache, reinschneiden. Sonst mache ich es eigentlich nicht. Oder werde ich vielleicht morgen noch machen. Mal schauen. Dann war es nicht in der Fall. Ich halte es mal Freitag, ausnahmsweise. Um halb zwei. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Löffel-lösen-Hausfahrung, die im Outback endet. Da könnten wir ja eigentlich selber eine erstellen. Dann mache ich einfach eine, wo ich zum Zielort fahren muss, auf Zeit, und dann... Ne? Das ist halt irgendwie im Outback beenden. Irgendwo. Vielleicht so bei der Mine oder so. So, der ist auch Outback zählen. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ach Gott, der Bartok. Ich guck mal kurz, ich habe es gerade wieder vergessen. Abschließen, oder? Abschließen, gut. Was haben wir denn hier? Ist hier schon was vielleicht? Haben wir für Forza-Ton? Eckberg. Ich erstelle mal selber eine. So, wir machen Strecke festlegen, genau. Unserem Outback enden. Ist ja eigentlich egal wo. Können wir jetzt mal hier nehmen. Wir machen morgen Heider-Verkehr. Machen wir Ausdruck schon ein. Kamera keine. Keine Musik. Ja, YouTube mäßig, ne? Bisschen Bescheid. Mich könnte ich zwar anmachen, aber es könnte ja jetzt eh nichts. Das haben wir gleich wieder auszumachen. Dann kann man es auch gleich ausstellen. So, mal gucken. Wie lange wir da verbrauchen. Wie lang ist die Strecke überhaupt? Ich sag mal 4,3 Kilometer. War nicht so schlecht. Was ich mit Zeit, sollte gerade zu reichen. Der geht schon ab, ne? Wenn die Leistungsserie, hat also 610 PS, wie der Huracan oder der R18 Plus. Aber es sollte eigentlich noch ausreichen. Ist ja auch nicht ganz wenig. So, ich habe hier 300 eigentlich. Ich glaube nicht. So, mal ein 6. Schalten. Und zum Klang übersetzt. Na ja. So. Wie da schon mal im normalen Auto Australien wieder. Ich bin auch fortbildlich die ganze Zeit. Und ich mache auch nicht mehr auf den Sand Mountain. Ist auch schon Ewigkeiten, als ich da war. Ich habe aber halt gerade auch mit Hattelwitz zu tun. Also, tja. Was heißt zu tun? Aber ich meine, es ist halt geil. Es macht Spaß. Ich habe noch nicht alle Sachen gemacht. Ich will alle Sachen machen. Ich will alle Erfolge haben. Das werde ich bei Forza Horizon 2 auch hier haben. Ich habe ja, glaube ich... Also, ich habe ja bei dem normalen Spiel alle. Und auch bei Blizzard Mountain alle. Halt, aber heute wird es noch nicht. Ich will ja noch einiges. Ich will ja, wir sind ja noch nicht mal Goldert gefahren bei Hot Wheels. Machen wir ja, wie gesagt, denke ich mal in der neunten Folge. Die müsste eigentlich denn am Dienstag kommen, ne? Zack. Äh, da. Okay, Titel ist scheißegal. Achso, nein, nicht an Freunde senden. Nein. Nächster Erfolg. Es fehlt uns ja quasi noch eine Sache und zwar das Straßenrennen abschließen. Auch abschließen nicht gewinnen. Wir wollen es natürlich gewinnen, aber wir müssen es nur abschließen. Da war eigentlich keine Beschränkung, ne? Von welchem Auto oder irgendwie eine bestimmte. Ich gucke es nochmal, ja? Zur Sicherheit. Nicht, dass ich wieder irgendwas verkacke. Ach so, ein Stufenaufstieg. Oh, der Ford, FPV, Pursuit. Die, ich weiß noch nicht schon. Ach du Scheiße. Okay, den wollte ich nicht haben, aber werde ich wieder verkaufen. Weil erst mal, das ist klar, die ist praktisch hässlich. Den will ich nicht fahren. Und zweitens, das brauche ich sowieso nicht. Viel zu weit. Deswegen verkaufe ich die eigentlich alle immer. Ich glaube, wir müssen das Straßenrennen nur abschließen. Auto ist alles egal. Oh, haben wir das hier jetzt in der Nähe? Ich filter mal kurz. Was aber dann hier schön ist? Ne, ich weiß, das war scheiße. Das hier, komm, nehmen wir das hier. Ich kann wieder alles anmachen. Ist auch nicht so weit weg. Ich will schon mit dem Gas bleiben. Ich finde, das Sound ist schon geil, ne? Der V10. Das ist ein schöner Saugmotor. Ich habe natürlich kein Turbo reingemacht. Das macht man nicht. Ich kann nicht diesen schönen Motor verschandeln. Mit dem Turbo. Oder was anderem. Ich kann schön freisaugen, frei atmen. Ich habe genug Power-Teil sowieso. Ich fand es ja nicht beschwert, dass er leistungsschwach ist. Das war zu langsam. So, ihr nächstes Recht. Kein Drift hinlegen. Naja. Aber würde ich nur einen kleinen Drift. Wer auch nicht. Ist auch schon da. Ja, ein wenig verbremst. Damm und ausgetrocknete Brücke. Schleife. Ich mach's so weit. Ja, Rückwärtsgang, Fabian. Ist es so warm, da kann man... Ist man manchmal so ein bisschen neben der Spur. Bei gemütlich 29 Grad in meinem Zimmer. Das ist nicht angenehm, Leute. Aber deswegen nicht zu zocken. Nein. Zock trotzdem. Wenn es zu warm ist. Soll ich mich nicht anstrengen da. Ich muss ein bisschen Wasser trinken. Schwitze ein bisschen mehr. Aber sonst ist alles gut. Mal gucken, was du die Gegner fahren. Ich fahre mal keine Superschuhe. Oh ja, es regnet. Das ist ja schön. Okay, Hot Wheels Autos. R8. Ich guck mal kurz, was er alles mitfährt. Genau, R8. Der Trimble. Der Metro. Die Mustang. Das Bad Quattro. Ein V8 Supercar. Ein 75S. Ein GAC Mono. Und ein Ford GT 350R. Und logischerweise mein M4. Oh ja. Keine richtigen Supersportwagen. Außer vielleicht jetzt noch McLaren. Oder R8. Mein Rennwagen fährt ja schon mit. Okay, Regen gefällt mir nicht so gut. Ey. Ey. Aber wir müssen ja auch zum Glück nur abschließen und nicht gewinnen. Ich werde trotzdem mein Bestes geben. Die kriege ich allerdings nicht. Das war klar. So, der V8 Supercar vor mir. Der V8 Supercar, genau. Oder das. Wohl eher. Ey, das hier regnet. Ich könnte auch echt gerne so schön regnen. Das wäre super. Für mich auch gerne so ein warmer Regen. Was ich über dem eher kühl sein kann, wenn man sich regnen wäre richtig geil. Würde ich sofort rausgeben. Nicht wieder aus dem Hinsetzen oder so. Ich könnte mich einfach mal komplett nass regnen lassen. Das wäre so nice. Das ist doch auch Supercar, ne? Ah, das ist aber auch nicht so schnell. Wow. 45 hat sich ja nicht schlecht, ne? Würde ich ja nicht sagen, aber... Ich glaube, das ist schon ein Besseres. Wenn sie in der McLaren wäre schon geiler. Das ist meine Luxus-Lamousine hier. Das ist ja schon relativ luxuriös. Leider auch nicht ganz leicht. Aber meine Wieders, glaube ich, noch zu 1,7 Tonnen. Jetzt mich da hier ab. Wow. Wusste ich natürlich. Entschuldigung, wow. 1.000 KW. Was ich da eine Chance wegen haben. Mit meinen 449 KW? Ist das gerne. Ja gut, er zieht sich ein bisschen weg. Was ich von uns lieben könnte. Okay, und das ist hinter mir. Okay, war doch ein bisschen spät. Das ist aber bei Nacht nicht so einfach zu bremsen, ne? Bei Nacht und Regen. Also die Kurve nicht. Ja. Ganz akzeptabel. Oder so ein zweiter Blitz, aber ganz ehrlich gegen den Trümmel. Da bin ich aber auch quasi mehr oder weniger Chancen los. Aber einmal dann immerhin zweiter Platz ist ja auch was. Ist ja nicht so, dass zweiter Platz... Scheiße wäre. Oh, Glück gehabt. Ja, das war so gewollt. Das war 1 zu 1 zu gewollt von mir. Dass ich mich genau da drehe, weil das dann am Ziel richtig geil aussieht. Das war nicht irgendwie, weil ich nur ich war. Das war 1 zu 1 gewollt. Glaubt mir. Also das ist... Das müsst ihr mir glauben, ja? Ist doch logisch. War noch gesehen. Vielleicht gibt es einen schönen Porsche. Hihi. Das wird lustig. Die werden natürlich auch fahren werden. Ist doch logisch. Das will ich euch auch nicht vorenthalten, den Wagen. Könnt ihr auch vielleicht ins Let's Play kommen? Mal schauen. Bis er auch eigentlich bald wieder weitergehen sollte. Für uns für euch. Ich meine, für mich ging es schon... ...für über einen Monat weiter. Ich habe das Folge 120 aufgenommen. Halt mit Porsche 125. Dann gibt es auch noch ein paar Folgen. Auch richtig geile Folgen. Mit richtig geilen Autos. Ich sag mal unter... Also wir sind nämlich bei Folge 115 gerade. Ich weiß gar nicht. Also es kommt noch so etwas wie unter anderem... ...ein F12 TDF. Sag ich mal so. Was auch nicht schlecht ist. Aber dazu alles erst später. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal in den Carrera GT. 10 Zylinder. 5,7 Liter Hubraum. 612 PS. Mittelmotor. Kein Turbo, kein Kompressor. Saugmotor. Heckantrieb. Handschaltung. Richtig ist es der Carrera GT. Alter, ich meine... Ist schon geil. War damals quasi das Beste von Porsche, was es gab. Quasi das N-Plus-Ultra hier. Schön hier der Zentralverschluss. Den Felgen. Ist schon... Ist auch, glaube ich, ein Targa, ne? Ich glaube, ein Targa-Dach. Oder, das darf kannst du hier abnehmen. Ist so quasi Caprio-Feeling. Außerbarer Heck-Spoiler. Ja, kann man sich mal gönnen. Und ein Sound, der seinesgleichen sucht. Und den gönnen wir uns jetzt erst mal. Geht doch ein bisschen bei 9000 Tugend. Oh, der Sound. Fahr mal los, ne? Ja, wir haben es schon ganz gut ab, eigentlich. Wie jetzt, dann klar, aber... Mein Gott, bei der Leistung. Oh, der Sound. Und der ist wirklich göttlich. Die waren sich V10-Motoren. Und der Karrier GT ist halt auch eines, nicht der besten, klingsten V10-Motoren. V10-Motoren. Da hat er 300 erreicht. Bei 2,96 entscheiden kann man machen. Oh, 300. Also, wenn man sieht, langsam ist der Kollege nicht. So, da waren schon 320 drauf. Das nimmt ziemlich schnell. Aber da geht auch mehr. Ich hab auch kurz was. Da geht, ich denke mal so, 3,35 könnte er schaffen. Ist ja quasi nichts, ne? Auch 0 auf 104, 3,6 Sekunden. Top-Speed, genau, 335,3. 0 auf 100 Meilen, 7 Sekunden glatt. Das ist ordentlich. Ich bin auf den Handschalter. Da war noch nicht so jemand. Das ist ein Doppelkommensgetriebe. Gab's auch schon, glaube ich. Oder zumindest so eine Art Speedshift-Getriebe. Bei Ferrari zum Beispiel war noch nachher ein Bugatti Vero. So die ersten. Aber ich glaube, da war noch Handschalter eigentlich. Sehr weit verbreitet. Und trotzdem ist er ziemlich schnell. Aber sieht ziemlich geil aus, ne? Ich meine, auch diese Optik. Es ist einfach... Das sieht nach Super-Sport-Wagen aus. Ich meine, ist es ja auch. Wieder beim Gas geben. Oh, der Sound, der ist einfach wirklich übertrieben geil. Die Bremsen gucken wir auch gleich mal. Eigentlich super Bremsen. Soweit für das Alter. Ich meine, der Wagen ist jetzt 14 Jahre alt. 2003 müsste 14 Jahre sein. Das sind die heutigen Autos natürlich klar, aber hat natürlich auch eine schöne Porsche-Keramik-Bremse. Der ist auch nicht günstig, hier ist bei Porsche. Was ich auch an sich bei anderen Hersteller. Ist halt teuer, aber auch ist halt eine sehr gute Bremse. Sehr zufällig. Links mal kurz. Der zweite Gang, da geht er noch ein bisschen quer. Boah, der sieht sich aber echt geil an. Oh, er geht auch noch mehr quer. Nice. Da ist aber er provoziert. Wir fahren mal die nächste rechts lang, also wieder in die Stadt rein. Da will ich noch mal aus dem Stand beschleunigen. Weil es einfach ist geil. Das war wirklich sehr wenig wie ich jetzt bin, muss ich sagen. So, wieder 200 drauf. Jetzt ist es aber auch... Also Beschleunigung, das ist ordentlich. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Das ist ja nicht. Mal ein Kreisverkehr ein bisschen fahren. Also mit dem Tempo halt noch, ohne quer zu kommen. Ah, das ist er. So nach 15 bis 20. Im dritten und kann man zweiten schalten theoretisch. Ja, also, es geht. Kreisverkehr. Also auch ein ziemlich großer. Das ist in der Wagen das ist natürlich richtig geil. Fällt sich auch so weit ziemlich gut. So, da noch eine Kurve hier. Dann zweit noch rausbeschleunigen. Ohne Groß-Wheel-Spin. Ne, hier die nächste rechts. Also ich fühle, dass ich wirklich ziemlich stabil. Schnell ausweichen. So, hier rechts. Wer macht eigentlich einen guten Job, finde ich? Ich will nur für das Alter. Weil ich meine, 14 Jahre ist das hier in der Automobilbranche nicht gerade wenig. da war schon deutlich besseres entwickelt. Bessere Techniken. In der DDR relativ wenig Technik noch. Nicht so vollgestopft wie jetzt modernere Autos. War ziemlich geil, finde ich. Das heißt aber für die, quasi die erste kleine Testfahrt. Oh, ja, man kann es auch vielleicht so merken. Den Wagen mag ich so mehr oder weniger. Also, natürlich viel mehr. Der ist einfach richtig geil. Deswegen vielleicht im Let's Play mal schauen, wann er will denn sehen. Ich war direkt in der Parklöcke. War auch wirklich super, dass ich hier stehe. Nicht geplant. Ich war jetzt kein Sponsor von Marjys Travel. Ja. Gerne, für man, dann müsste man eingehen. Nein, Spaß. Also, dann danke für's Zuschauen. Bis zum nächsten Fahrzeugton oder zu einem anderen Video. Und dann, haut rein. Bis zum nächsten Mal.